Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Hintergründe der Marko 2020. Die Marko 2020 steht ja für die Marktkommunikation 2020 und ist damit das Interimsmodell zum Interimsmodell vor dem Zielmodell der Marktkommunikation in der Energiewirtschaft in Deutschland. Um das ein bisschen aufzudröseln, zum 2. September 2016 ist das Meststellenbetriebsgesetz veröffentlicht worden und in Kraft getreten. Es ist praktisch als Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende die zentrale Änderung in Vorbereitung der Smart Meter Rollouts gewesen. In diesem Meststellenbetriebsgesetz wurde also festgelegt, was ist zum Beispiel eine moderne Messanrichtung, ein Smart Meter, der nicht dauerhaft Daten überträgt, was ist ein intelligentes Messsystem, ein Smart Meter, der dauerhaft die Daten überträgt, was ist der Unterschied zwischen einem grundzuständigen und einem wettbewerblichen Meststellenbetreiber und viele weitere Informationen. Darüber hinaus wurde das sogenannte Interimsmodell etabliert, weil es zu diesem Zeitpunkt einfach noch keine Smart Meter gab und auch ganz klar war, die würden nicht in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen. Also müsste man ja die moderne Verteilung von Energiedaten irgendwie simulieren und erstmal auf eine andere Weise umsetzen. Dafür sollten die Verteilnetzbetreiber zuständig sein und praktisch weiterhin eine kettenförmige Datenkommunikation umsetzen. Vom Meststellenbetreiber zum Verteilnetzbetreiber, zum Lieferanten, zum Kunden. Diese Abweichung von der eigensicht geplanten, sternförmigen Marktkommunikation darf ganz offiziell nur bis Ende 2019 in Kraft sein. Genau deswegen wurde die Marco 2020 beschlossen. Am 20. Dezember 2018 hat die Bundesnetzagentur in ihrer Beschlusskammer 6 den Beschluss gefasst, die Marco 2020 in Kraft treten zu lassen. Dafür gab es Änderungen am GBKI, am MAPIS, am MPES und an den WIM-Vorgaben und darüber hinaus wurden Festlegungen getroffen für die Verschlüsselung und Signierung von den Edifact-Dateien und darüber hinaus Regelungen für die Datenkommunikation zwischen dem Bilanzkreisverantwortlichen und dem Übertragungsdienstbetreiber für den Austausch von Fahrplänen. Das sind jetzt schon mal jede Menge Fachbegriffe gewesen, die ich in weiteren Videos auch wirklich explizit auseinandernehmen werde. Aber es sei so viel gesagt, dass die Marco 2020 in all ihren Änderungen tatsächlich die größte, umfassendste und krasseste Änderung der deutschen energiewirtschaftlichen Regularien ist seit dem Anbandling. Während im vorigen Interimsmodell ja der Verteilnetzbetreiber zuständig war, die Energiedaten zu übertragen, wird es in der Marco 2020 jetzt der Mechsteinbetreiber sein. Der ist dafür zuständig, die Energiedaten zu übertragen und zwar bereits tatsächlich sternförmig. Aber da wir ja noch keine richtigen Smart Meter Gateways und intelligenten Messsysteme der sogenannten zweiten Generation haben, muss der Mechsteinbetreiber das erstmal simulieren über seine Software, über sein Backend. Die Marco 2020 ist damit auch nur ein Interimsmodell für das Interimsmodell vor dem eigentlichen Zielmodell. Das Zielmodell, in welchem dann tatsächlich die intelligenten Messsysteme, die Smart Meter Gateways, die Datenkommunikation sternförmig in alle Richtungen verwirklichen sollen, wird dann erst in Kraft treten können, wenn es tatsächlich diese modernen, richtig guten Smart Meter der zweiten Generation geben wird. Wann das passiert, ist absolut nicht vorausschaubar. Die Marco 2020 ist ja ein Beschluss der Bundesnetzagentur unter dem Aktenzeichen BK6-18-032 und ist am 20. Dezember 2018 in Kraft getreten. Daraufhin gab es dann die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss Beschwerde einzulegen und zwar bis Ende Februar 2019. Und das haben auch 15 Stadtwerke in Deutschland getan. Diese sind praktisch vor das Oberlandesgericht Düsseldorf gegangen und haben gesagt, die Marco 2020 ist so erstmal ziemlich uncool und wir finden, dass die Bundesnetzagentur damit ihre Möglichkeiten, die über das Messstellenbetriebsgesetz eingeräumt wurden, überstrapaziert hat. Und deswegen soll das Ganze bitte gar nicht passieren. Diese Beschwerde wurde dann am 29. April 2019 vom Oberlandesgericht Düsseldorf abgewiesen, weil diese Änderungen tatsächlich notwendig sind und eben die Lücke zwischen dem Interimsmodell und dem richtig guten Smart Meter Gateways der zweiten Generation ja irgendwie geschlossen werden muss. Daraufhin haben diese 15 Stadtwerke ihre Beschwerde jetzt auch wieder zurückgezogen und treten eben nicht noch weiter den Rechtsweg an. Damit ist die Marco 2020 heute bereits bestandskräftig und muss umgesetzt werden. Das bedeutet ganz konkret, dass bis zum 1. Dezember 2019 alle Änderungen prozesstechnischer Natur, datenformatstechnischer Natur und so weiter umgesetzt sein müssen. Das heißt aber auch, dass spätestens zum Jahreswechsel alle Mitarbeiter wissen müssen, was sie tun sollen und dafür wird es wahrscheinlich notwendig sein, Schulungen anzusetzen. Und da komme ich ins Spiel. Nicht nur, dass ich diese tollen Erklärvideos mache, ich biete auch Seminare zum Beispiel rund um die Marco 2020 an. Ganz individuell, gerne von einer kurzen Informationsveranstaltung bis zum Ganztagesseminar ist das alles möglich. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare oder geht auf www.energiewirtschaft-einfach.de, dort sind alle Kontaktinformationen hinterlegt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.